Hallo liebe Freunde, hier ist er wieder, euer Devon. Ich präsentiere euch heute ein neues RanzigTV-Video. Wir haben lange überlegt, was wir drehen werden. Wir können leider nichts Neues drehen. Marek, der hat Brechnies, Durchfall, der liegt im Bett und schläft. Der Harvey, der ist immer noch total heiß von einem oder anderen Videos. Und ich und Hagen, wir sind total in Reisevorbereitung, denn wir werden am 29. März live dabei sein bei der Wrestlemania 31. Wir fliegen rüber nach St. Croce, Kalifornien. Mal gucken, was da so abgeht. Nichtsdestotrotz wollen wir euch ein neues Video präsentieren. Ich befinde mich gerade vor den RanzigTV-Archiven, die ranzigen Archive, die ranzigen Hallen. Ich werde mal gucken, ob ich was finde. Vielleicht haben wir ja was Schönes für euch. Wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. Ich bin auf jeden Fall bewaffnet. So, meine Freunde, da bin ich auch schon wieder aus den Archiven des RanzigTV-Universums. Ich habe das Notfall-Tape geholt und auch die Notfall-Disc. Darauf befindet sich die zweite Ausgabe dieser legendären, epischen Sendung RanzigTV-Hinktrends vom Vorgast hinterher. Die erste Folge war das Mentos-Experiment. Ihr erinnert euch, Diät, Cola, Mentos, Minstrops. Diesmal haben wir für euch die Eisbacke-Challenge. Und weil wir dann auch sozial sind, haben wir uns gesagt, wir spenden 20 Euro an die Arche. Die Adresse seht ihr während des Videos unten eingeblendet. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Hallo meine Damen und Herren, ich bin Devin Straßdruck von RanzigTV. Die Feiertage sind vorbei, Sie wissen es alle. Das soziale Engagement geht zurück. Die Leute wollen nichts mehr spenden. Wir haben uns gesagt, das müssen wir ändern. Meiner und her, letzten Sommer gab es eine Challenge, die ALS Eisbacke-Challenge. Wir haben uns gesagt, wir gehen heute raus bei wohligen Minus 2 Grad. Wir stimmen nicht, sind wahrscheinlich Plusgrad, es schnee schmilzt, aber egal. Wir machen die ALS Eisbacke-Challenge heute auf unsere Weise. Ich wurde nominiert, ich habe es nicht gemacht, ich habe es ignoriert. Ich muss mich schämen, aber egal. Wir unterstützen mit diesem Projekt nicht die ALS Stiftung, denn die haben genug Geld im Sommer gekriegt. Wir spenden dann die Arche. Ein Link ist hier unten eingetragen. Und, los geht's. Erstmal ein bisschen Eis verlieben. Ah, herrlich. Ist das gut. Noch ein bisschen Schnee. Ich gehe mich umziehen und dann legen wir los. Und meine Damen und Herren, wir haben uns frisch gemacht, sauerlich schick. Ich würde sagen... Soll ich jetzt umziehen? Überall ein bisschen. Eck los war da. Also, legen wir los. Eins, zwei, drei. Geil! Oh Mann! Scheisse! Endlich wird es warm! Du bist kalt! Du bist warm! Oh, du bist noch kälter! Ja, ja. Ja, ja.